Mit diesem Video möchte ich mein ESP32-Projekt vorstellen, eine kleine Wetterstation, die Feuchtigkeit und Temperatur auf einem OLED-Display anzeigt. Hier seht ihr eine kleine Demonstration des Projekts. Hier habe ich mit Fritzing simuliert, wie ich den ESP32-Controller, das DHT11-Modul und den OLED-Display miteinander verbunden habe. Und hier nochmal eine Aufnahme des Schaltplans. Folgende Bibliotheken habe ich für das Projekt verwendet. Für den Sensor selbst die simple DHT-Bibliothek und für den OLED-Display wire.h, Adafruit GFX und Adafruit SSD 1306. Wenn ihr das Projekt reproduzieren wollt, dann achtet auf die Version eurer Bibliotheken. Nachdem die Bibliotheken in das Programm eingebettet wurden, werden nun noch einige Parameter festgelegt. OLED-Reset 4 für den Reset-Knopf des ESP32 sowie die Pixellänge und Breite des Displays. Mit diesen Werten wird nun über die Bibliothek der Bildschirm initialisiert. Erst wird noch die Nummer des Pins gespeichert, an dem der Sensor angeschlossen ist. Dann kommen wir zum eigentlichen Programm. Setup ist die Funktion, mit der der ESP beim Starten beginnt. Hierin lege ich meinen Baut für den seriellen Monitor fest und rufe meine Funktion Display Setup auf. Mit der Funktion Display Setup wird der OLED vorbereitet. Darin wird Textfarbe und Textgröße festgelegt. Danach wird vom ESP die Funktion Loop aufgerufen, welche den sich wiederholenden Kern des Programms bildet. Alle Codezeilen, die mit Serial.print beginnen, sind Ausgaben auf dem seriellen Monitor. Sie sind hauptsächlich zur Fehleranalyse gedacht. Es werden die Variablen Temperature und Humidity für Temperatur und Feuchtigkeit festgelegt. Mit DHT11.read werden die Sensordaten ausgelesen. Falls etwas schief läuft, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Falls der Sensor Messungenauigkeiten hat, kann mit Level Temperature und Level Humidity die Temperatur und Feuchtigkeit angepasst werden. Nun wird die Funktion Display Output aufgerufen, die den Bildschirm mit den Messwerten beschriftet. Nach 1000 Millisekunden, also einer Sekunde, wird der Bildschirm bereinigt. Danach beginnt die Funktion Loop vor Neuem. Das ganze Projekt funktioniert natürlich auch mit Solarstrom. Wow! Wow! Vielen Dank.